Musik Yo, yo, yo und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront Ja, mittlerweile sind wir doch schon fortgeschritten in der Serie, kann man gar nicht anders sagen Ähm, als ich hier die Aufnahme produziere, sind wir gerade bei der Folge 35 Und die Folge, die ihr ansehen wird, wird an die 50 gehen, würde ich fast sagen Ja, und jetzt schauen wir mal wieder Ob wir genügend Rebellen, äh, imperiale Leute naschen können Ich bin sehr, sehr kaputt, aber so extrem motiviert für mehr Folgen Also ich bin sehr, sehr, hab sehr, sehr Bock auf mehr Und es, ja, es fängt einmal wieder glücklich an, so wie es im Prinzip auch immer ist Wir erobern die Rettungskapsel Hier sind ein paar Hier sind echt ein paar, hier ist eine Blasterkanone Ich hab gar keine gesehen Oh Mann, ist der gut, der ist echt gut, Hybrid of Fate und wir sind letzter Platz Und das glücklich Muss man einfach mal so sagen, wir hätten auch Ja, natürlich So Ich dachte schon, der Blaster überhitzt jetzt oder ähnliches Bald haben wir die Rettungskapsel unter Kontrolle So, und hier werden definitiv welche kommen Ja, bin ich mir so sicher, aber eher, aber mit was schießt ihr denn, dass Irgendwie hab ich das Gefühl, dass das so abprallt oder ich Irgendwas spüre ich da, irgendwas komisches Vielleicht ist auch ein Grafikfehler, vielleicht bin ich zu blöd, um zu sehen Ah, das war nicht nötig Absolut nicht Ja, auch er ist fast weg Ja Oh, ey, dass er durch Na gut, er hat ganz, ganz viel Glück gehabt Dass er mich noch getroffen hat, aber er hat mich eben noch getroffen Muss man auch sagen Bald gehört die Rettungskapsel der Allianz Ja, sehr schön Ah Mist, das war gut von denen Wer ist der Lama-Formula, ist der Typ Ja gut Oh, das hab ich gar nicht gesehen, da waren wohl mehrere am Stüssel Ja Mist, T21, Scheiß Aber es ist, jetzt wird's irgendwie lahm Also nach der Folge beende ich die Aufnahme Äh, zumindest Ja, doch, das werde ich tun Denn ich hab noch so viel zum Auswerten Das, äh Könnt ihr euch im Moment Material für drei Wochen Kann man mal so sagen Und das, äh, und das meine ich wörtlich Ach, scheiße Jetzt geht es bergab Jetzt ist nicht mehr so viel drin Wie noch zu Anfang Ach, wollt ihr mich verarschen? Warum? Warum? Will er sich selber in die Luft Bämmen? Will er sich selber Naschen? Er fällt einfach durch Er landen Lager Komm Hier müssen bestimmt Imperiale Truppen Imperiale Truppen Imperiale Truppen Imperiale Truppen Es ist noch eine Rettungskapsel gelandet Was? Wo? Hier wieder hoch Schön Oh, Lack Aber ich bin jetzt Nicht mehr So gut wie vorher Man kann es Nicht oft Ich kann es nicht oft Genug sagen Wieder bin ich fast weg dadurch Ja, von hier holt man da was weg Okay, ja, aber Ich konnte doch diese Front einigermaßen erobern Neue Kapsel im Anfluch Anfluch Unsere Leute übernehmen die Rettungskapsel Ja, Mist Ja, da ist es irgendwie dann irgendwie auch lächerlich Also, ich bin dann Ich bin gerade versunken in das Spiel Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt Das Infanteriegeschütz sollte sein Denst Tun Ist es so? Ja Okay Okay Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen Ich sage bis zum nächsten Mal Bis dann, Leute Ciao Ciao ARD Text im Auftrag von Funk